Was geht ab Freunde, euer Stilidit Dörf hier und herzlich willkommen zu einem Best of 12k FIFA Points Pack Opening. Wir werden richtig auf die Kacke hauen, sind natürlich auf der Suche nach diesem Cristiano Ronaldo in Form und ich würde sagen, ab geht die Post. Erstes Pack, erstes Pack, erstes Pack, erstes Pack. DeMarcos, Vanjama, ei, ei, ei. So Freunde, drittes Pack, falls ihr auch noch Pack Openings machen wollt, keine Münzen habt und gerne ein paar Packs öffnen würdet, dann schaut gerne bei unserem Sponsor in der Videobeschreibung nach. Wow, was denn hier los? Nakuluma, Pullo Hullo, Nakuluma, 91 Tempo, den nehmen wir mit Poleno und Kevin Strottmann. Dann haben wir hier noch, boah, dein großes Gesicht gehabt, Freunde. Geil. Wir ziehen, wir ziehen, wir ziehen, wir ziehen, ziehen, nur scheiße. Komm schon, Howard, komm schon, Junge, zeig mal, was du drauf warst. Alessandro, Cerchi, oi, oi, oi. Fer, tonge, Cristiano, 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 wo bleibst du? Claudio, Marquisio, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Ansonsten haben wir hier noch was drin. Ah, da war ich noch... Ne, hä, was? Boah, ey, den haben wir jetzt auch schon zum zehnten Mal im Pack. Ja, ich mag dich. Ich komm wieder in die Packs. Leck mich ja, mach... Verpiss dich. Oh, der Herr Murphy. Hallo, Alt und Top. Und Modest. Mein Gott. Oh, Thompson. Ja, wir werden heute verfolgt von den Chicas. Die Gervinio. Die Hälfte der Points ist weg. Mann, du hast scheiße gezogen bisher. Das kann doch nicht wahr sein. Ey, ich glaub, die wollen mich verarschen von denen. Kann das sein? Ach, du scheiße. Gawaka, ey, ey. Shinji Kagawa. Ja, ich bin der Zankanaranda. Ja, ha, ha, ha. Was ist ein Pisser, Mann? Geil, 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 geil. Ah, ha, ha, ha. Astanastadiades. Na, warte mal, jetzt im Ernst. Anastasiades. Unser Freund, das bestimmt der Bruder von Astanasiades. Rillis Anastiadadis. Durft den Döner. Ey, Freunde, das kann nicht wahr sein. Wir ziehen nur Scheiße. Ich bin schon fast eingeschlafen, weil wir nur Scheiße gezogen haben bisher. Zwar waren zwei, drei Spieler dabei. Diesen ganzen Käse mit De Gea oder so. Aber wo ist Cristiano? Wo ist Cristiano? Ich will keinen Frieden. Oh, Miranda. 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 Julio. Julian Draxler. Ei, ei, ei. Zehn, ziehn, ziehn. Zehn, ziehn, ziehn. Benatia. Unser bester Spieler. Endlich mal ein guter. Hi, hi. Ja. Da lohnt es sich doch mal aufzustehen. Mascherano und Raphael. Aber ich bin nicht glücklich. Ich bin gar nicht zufrieden. So, Freunde. Wir haben noch drei Packs. Komm schon, bitte. Jetzt muss was drin sein. Es muss was drin sein. Jarvis. Und Afonso. Mit 34 Tempo. Der silberne Per Mertesacker. So, Freunde. Wir kommen zum letzten Pack. Falls ihr auch noch Packs offenen wollt. Und ein Tulala. Und Mike Conn im letzten Pack ziehen wollt. Dann schaut bei unserem Sponsor in der Videobeschreibung nach. Dort findet ihr PSN-Cards. Alles, was ihr braucht. Xbox Live Points. Alles mögliche. Wirklich alles, was ihr braucht für Packs öffnen. Ja, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben zwar nicht so die geilen Spieler gezogen. Haben dafür aber Verträge bis FIFA 17. Aber, Freunde. Ich würde mich natürlich trotzdem beim Daumen nach oben freuen. Ja, Freunde. Schaffen wir die 3000 Likes. Wäre richtig geil. Würde ich mich drüber freuen. Das war's von mir. Haut rein. Und ciao. Puh. Mann, ey. Na, wo sind wir jetzt nicht? You took my life and gave it back. It's yours to leave, buddy.